Servus Leute, wie schon im letzten Video erwähnt, habe ich das Snowball Achievement angegangen bzw. gemacht, wie vielleicht das Thumbnail schon spoilert. Und das derzeitige Event, dass alle Bosse auf Shoreline im Resort sind, bietet sich natürlich dafür an. Und wie ich das Ganze gelöst habe, wie ich die Bosse auf Shoreline gekillt habe und wie ich dann Zraki beim Lightkeeper getötet habe, das habe ich euch alles mal zusammengeschnitten. Und für alle, die nicht wissen, was das Snowball Achievement ist, man muss alle Bosse inklusive der Goons und Zraki töten, ohne dabei zu sterben. Und ja, es trifft sich natürlich gut, wenn die zu 100% an einem Flag spawnen. Hat natürlich einige Versuche gebraucht und war auch sehr unterhaltsam, aber am Ende habe ich es dann geschafft. Und ja, wie gesagt, wie ich das gemacht habe, habe ich euch zusammengeschnitten. Ich bin übrigens dazu täglich liveoftridge.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Kommentar, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß! Ja, der Loot juckt mich auch nicht. Oh, das ist gut. Uns. Das war's. Ich warte auf, dass der verdammte BirdEye kommt. Du scheiß Nervensäge ey, genau, hab ich schon wieder fast im falschen Moment erwischt. Aber wir gehen erstmal nach innen. Wir haben jetzt drei von zwölf. Okay, alles. Also ich bin auch gestorben. Ich bin auch gestorben. Ich bin auch gestorben. Das darfst du nicht. Schau mal im Discord. Mach mal mit dem DDU Driver Cleaner. DDU oder Guru 3D Driver Uninstaller. Lass den mal drüber laufen. Liegt ziemlich sicher am Grafikan-Treiber. In meinem Discord unter Problemlösungen gibt es eine Anleitung. Fuck, Mann. Oh Gott. Ja, Johnny, genau so ist es. Ja, da hinten unten irgendeinen Boss gekillt. Ich weiß nicht welchen. Aber ich sehe ihn nicht. Ja, der sieht mich drinnen wahrscheinlich wesentlich besser. Oh, das ist wiederführend. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Okay. 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 Das war Kolontai, denke ich. Der Typ hinter mir macht mir ein bisschen Sorgen. Das ist so eine Sache, Henry. Man sieht auch schlechter. Okay. 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 Again. Ich habe drinnen was Schreiner, ich glaube es ist Killer oder Tagilla. Ich habe hier irgendwas gehört, hier. Ey, warum muss das da aus? Die Wend macht Spaß, ja, ja, macht's. Das sind sie. Okay, die müssen wir nochmal anders machen. Das ist Killer, Tagilla. Nimm mich an. Hey, du Arsch. Stopp. Oh no ey. Oh no, den brauche ich. Ich habe ihn. Jawoll. Oh, ich habe ihn genaded. Okay, so geht's auch. Ohne Mist macht ihr mir die Tür vom... Ey. Den da hinten rauszuholen, ey. Übel. Okay. Karban und die Feindenbrüder. Und hier sind die Goons. Das ist das Problem. Die Nate war mehr Glück als Verstand. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und das ist ein Problem. Scheiße. Reshallah, den brauchen wir nicht. Da hinten ist auch noch was. Taschenlampe. Bagilla. Den haben wir. Killer und Cover noch. Oh mein Gott, man. Hier steht noch irgendwer im Garden. Ich sehe ihn auch auf keinen Fall. Wir testen jetzt mal kurz was. Oh, die Breiten ist ein bisschen hoch. Ändert auch nicht viel. Servus. So, Killer und Cover. Das ist dann. Das ist ne Das ist die Wache von K-Bahn Hier Ja hier Da ist K-Bahn da hinten Da ist er, glaube ich K-Bahn dead Nur noch Killer Killer muss eigentlich da hinten stehen Ziemlich sicher K-Bahn Wache Ich hab keine Nade mehr Das ist das Problem Ich muss die mal kurz looten Für Nades Wenn sie insistieren Eine Nade hab ich Killer muss hier hinten stehen K-Bahn 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 Und die fucking Goons. Fuckin' hell. Ich hab keine Nails mehr. Und Killer hat auch nicht geschrien. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ey, ich brauch Killer. Wo ist der? Da ist er. Da ist er. Da steht er, da steht er. Irgendwo da steht Killer. Ach du lieber Gott. Ich hab keine Nails. Das ist das Problem. Ich hab keine Nails mehr. 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 Kletter hier drin. Ich hab keine Nails mehr. Das war Gottverdammt nochmal Sanitar. Ich hab Killer gehört, oder? 100 Pro. Hö communauté. Ja. Ja. Alles habe ich noch. Ich habe Killer gehört. Wo ist der? Der kann nicht da sein, wenn der hier so rüberkam. Klingt erst tot. Da dreht sich noch was. Ich höre was. Alter. Ja, ja. Das ist die Zeit. Hat er Granaten? Ja, das ist ja. 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 Ist richtig spannend gewesen. Morgen auf dem Twitter-Account. Leute, dankeschön für den Spam. Das war heute intensiv. Dankeschön für die 20-Euro-Donos. Und dann schauen wir mal an. Danke für den Support. Achievement Snowball. Da ist es. Da ist es. Snowball Achievement. Wir haben auch hier alle Guns gekillt. Eieiei.